Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kurz gesagt Martin ist ein guter Mann Einmal ritt er im Winter zu einer Stadt Es war eisig kalt und alle Menschen froren Kalt! Vor dem Stadttor traf Martin auf einen Bettler Dem war es besonders kalt Denn er hatte fast nichts zum Anziehen Doch niemand kümmerte sich um ihn Bis auf Martin Der wollte ihm helfen Doch hat er nichts zum Verschenken dabei Nur sein Pferd Seine Rüstung, seinen Helm Den roten Umhang Und sein Schwert Da hatte Martin eine gute Idee Er zog seinen Umhang von den Schultern Nahm das Schwert Und schnitt damit den Stoff in zwei Teile Eine Hälfte für den Bettler Hier, für dich Und eine für sich Dankeschön Bitteschön Denn Martin ist ein guter Mann Als Martin kein Soldat mehr sein wollte Wurde er ein Mönch Guten Tag Ich möchte ein Mönch werden Er lebte ganz bescheiden und einfach Und verschenkte alles, was er nicht selbst brauchte Hier, für euch Denn er wünschte sich Dass es allen Menschen gut gehen soll Danke Eines Tages Wurde ein neuer Bischof gesucht Das ist ein wichtiger Mann in der Kirche Wen könnten wir nehmen? Martin? Martin! Martin schien ihnen besonders gut geeignet Bischof zu werden, denn Martin ist ein guter Mann Aber Weil Martin so bescheiden war Wollte er das nicht Und als die Menschen ihn dazu drängten Rannte er weg und versteckte sich In einem Gänsestall Doch Was machten die Gänse Als die Menschen, die Martin suchten Immer näher kamen? Sie schnatterten so laut Dass die Leute auf sie aufmerksam wurden Und Martin so fortfanden Und so wurde Martin doch noch Bischof Martin! Martin! Auch als Bischof liebte er alle Menschen Half den Kranken Viel besser Verteilte Essen an die Hungrigen Und verschenkte sein Geld an die Armen Für die Menschen war Martin dadurch jemand ganz Besonderes Sie verehrten ihn Und nannten ihn Heiliger Martin Was in ihrer Sprache hieß Sankt Martin Sankt Martin! Und so kennen wir ihn noch heute sind was das 甚麼 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020